Hallöchen zusammen, ich zeige euch in dem Video, wo ihr Elite Rihorn, Rizaros und Elite Rihornio bekommen könnt. Rihorn kann man im roten Sumpfland bei der Diamantebene fangen. Genau hier, wo ich bin, ist dann das Elite. Rizaros und Elite Rihornio sind im Kraterberghochland, links von der urzeitlichen Höhle. Da ist das Elite Rihornio und ein normales Rizaros läuft hier auch rum. Rihorn entwickelt sich ab Level 42 zu Rizaros und um das dann zu Rihornio zu entwickeln, muss man ihm das Item Schützer geben. Das Item Schützer kann man in der Raumzeitverzerrung finden oder im Shop bei der Dame da kaufen. Ja, das war's auch schon wieder, macht's gut und Paris Athen, auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017